Hi, ich bin Robert. Ich war schon ganz oft in Brilaun und bin immer wieder gerne hier. Das Haus ist cool, das Personal ist toll. Man ist sehr schnell in der Natur und kann einfach viele Sachen draußen machen. Das Gelände ist super, die Kinder können spielen und toben und es ist sogar ein Waldstückteil des Geländes. Das Klettern ist auch immer ein Highlight. Ich selbst habe wahnsinnige Höhenangst, aber ich klettere jedes Mal, wenn ich im Brilaun bin, bis ganz nach oben und bin genauso stolz wie die Kids. Hast du Lust Kids in Brilaun zu betreuen? Schreib mir einfach eine Mail.